Norddeutscher Rundfunk Der Sportfreund André Jantzen, der sich nochmal in Richtung Brücken-Durkwahl hat. André Jantzen. Auf Mathe 1 steht sich gegenüber. Spannkommun, unter 31. Patrick Altmaier. Er geht aus Südbaden gegen Ergut Löser. Er ist zwar Gelenau, Sachsen. Finale, 2. Juni in Europa. Kampfnichter dieser Fahrung ist Robert Reitzner. Rheinmaier, Mathe-Präsidentin Schiff, die Spiegel. Und Kurvdichter Benjamin Zen. Rheinmaier, Mathe-Präsidentin Schiff. Schlagelaier an 7! Auf Ctrl in 12! Schlagelaier, Mathe-Präsidentin Schiff. Eh, Kramp Ouropon! Ich muss den Schuhe. Und noch aufbauen. Und noch aufbauen. Weiter, weiter. Aber kaputt! Ein Arm muss rein. Und ein Sohn, ein Sohn ist gut. Okay, drei auf. Noch ab! Und noch einen in die Mörder. Und noch ein Aundries! noch Arschlund! Da war ein Aundries! Dann wird er noch ein Aundries! Rucht aufbauen. Zweite Zeit, alle in R hilarisch, das Fahre anbauen! Was macht die Dich? Vom Aundries! Vom Aundries! Was macht die Dich? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh! BIPA! Sonntag! Gott ist Simen, Gott ist Simen! 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 Applaus Applaus Ler Rec Sophie Ler Rec Interview Ler Rec Ler Rec Ler Rec Ler Rec Ler Rec Ler Rec Applaus 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 Vielen Dank.